Das ist Wahnsinn Leute, wenn ihr den Fisch, wenn wir den rauskriegen. Tja hallo und herzlich willkommen meine lieben YouTube-Freunde. Ich habe es wieder einmal geschafft. Ich bin wieder unterwegs, Forellen angeln. Ich habe euch versprochen, sobald das Eis geschmolzen ist im Angelpark Tönse bin ich wieder da und heute ist es soweit. Heute bin ich in Tönse und werde versuchen ein paar schöne Forellen auf die Schuppen zu legen. Heute haben wir auch dabei den Alex, der steht ganz weit hinten und Ali, der Chef selbst, wird heute ein bisschen mitangeln und so können wir uns ein bisschen unterhalten über den Teich, über die Fische und vielleicht ein paar coole Informationen, die ihr sonst so nicht mitbekommt. Ich hoffe, dass wir hier heute einen coolen Tag haben werden. Ihr bleibt dran und wir legen jetzt los. Ja, guck mal. Erster Fisch ist im Drill. Liebe Leute, der Ali legt vor. Jetzt hier die Erste dran. Saibling? Sehr schön. Hast du absinken lassen? Ja, ein bisschen. Ja, guck mal. Erster Fisch kommt raus. Petri Ali. Grazie. Richtig schöner Saibling. Hat er verhaftet. Ja, voll Wolli genommen, ne? Ja. So. Er bleibt immer noch beim Gaia in 2,1 Gramm. Wieder mit einer Kontrastfarbe. Schwarz-orange, Gold. Ist eigentlich so ein Klassiker. Kennt man auch. Wenn man Pastis schleppt, schwarz-orange ist eigentlich so die Farbe, ne? Ja, Lieblingsfarbe. Schwarz-orange? Ja. Seht ihr, Leute? Der Ali sagt seine Lieblingsfarbe. Ja. Ist auch ein erfahrener Angler. Der muss es wissen. Hammer gemacht. Oha, ne Seeforelle, glaub ich, vorm Ufer. Alter Falter, war das ein Einschlag. Ausgeschlitzt. Nein, das gibt's doch nicht. Das war so ein schöner Fisch, Leute. Ich sag's euch, ich hab ihn noch gesehen. Vorne an der Kante, also wirklich drei, vier Meter. Trotz der Seegröße ziehen die Fische hier auch immer wieder Kanten entlang. Und, ja. Hatten wir jetzt einen richtigen Einschlag. War auch eine schöne Seeforelle. Ich hab's ja noch gesehen. Ja, das Problem ist, ich weiß auch, warum die ausgeschlitzt ist. Ich hab wieder angefangen an der Bremse rumzufummeln. Und in dem Moment ist es auch ausgeschlitzt. Schade. War ein richtig guter Fisch. Nehmen wir es sportlich. Ja. Immer noch ganz kraft worden. Ja, ich wollt grad sagen. Wir haben ja grad erst angefangen. War aber ein schickes Ding. Und auch auf schwarz, orange, ne? Ja. Ja, in der Regel mach ich auch 10, 15 Würfe und dann weg. Ja, das macht ja auch Sinn. Also so, das ist auch ungefähr mein Prinzip. Ich mach 10, 15 Würfe. Versuch ich zwischendurch noch ein paar verschiedene Wasserschichten. Mal absinken lassen. Mal Spin-Stops einlegen und sowas. Und wenn auf die Farbe dann nichts geht, dann macht's auch nicht so richtig Sinn, die weiter zu fischen, ne? Das sieht aus. Dann verstehen auch vielleicht mal einige, wenn man mal mehrere Spoons in der Tasche hat, ja, ja. Warum auch, ne? Ja, ich krieg ja auch häufig die Frage, braucht man zigtausende von Spoons? Ich sag auch immer, nein, man braucht das nicht. Aber man sollte schon so gewisse Farbschemen haben, dass du auf jeden Fall durchprobieren kannst, ne? Verschiedene Gewichte. Verschiedene Gewichte, genau. Das ist oft auch das Wichtige, weil du hast teilweise Tage, da beißen sie jetzt zum Beispiel schwarz-orange auf 3 Gramm, 2 Gramm. So, und wenn die dann aber später irgendwie höher kommen oder flacher stehen, dann bringt dir der 2-3 Grammspunkt nicht mehr viel. Dann brauchst du dieselbe Farbe in einer leichteren Grammatur, da hast du vollkommen recht. Eigentlich erlebe ich das so, wenn die Fische gerade Saiblinge oder Seeforellen, wenn die besetzt werden, dass die eigentlich nicht sofort beißen, ne? Ja, die haben ja unsere Fische aus einer deutschen Zucht, die da sehr gut gezüchtet werden, das ist eine sehr gute Zucht. Die legen da sehr viel Wert drauf auf die Qualität der Fische. Die kostet ein paar Euro mehr, aber... Aber dafür hast du eben dementsprechende Qualität, ne? Die Qualität kostet halt. Absolut, aber wir sehen es auch hier, du hast ja auch einen sehr großen Vorteil, so würde ich es nennen. Du hast die Hälterung in der Mitte, das heißt, die Fische sind dem Wasser, wo sie nachher beangelt werden, quasi schon drin. Das heißt, die kennen das Wasser, die kriegen keinen Schock, wenn die besetzt werden. Und meiner Meinung nach ist das so, für so größere Seen, der optimalste Weg, ne? Ja, also unsere Fische werden auf jeden Fall immer lang genug akklimatisiert. Es ist nicht so, dass sie heute kommen und morgen freigelassen werden. Die werden schon in dem Wasser akklimativiert hier, dass sie sich richtig dran gewöhnen und... Ja, und Ali versucht mal hier... Seine Perücke rauszumachen. Ich hoffe, dass es geht. Und kriegt keinen Biss. Hier, da ist sie. Guckt euch diese Seeforelle an, das ist der Wahnsinn, was für ein Brecher das ist. Ja, Robbler ist eine gute Wahl. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist ein Robblu, ist das. Echt nicht schlecht, ne? Die sind vom Lauf, sind die super. Also ich habe mit denen echt super, super Ergebnisse, muss ich echt sagen. Ich habe davon auch zwei und die laufen immer irgendwie, ne? Also bei denen gibt es nicht irgendwie, dass du so seitlich immer... Wenn du hast du das so, dann läuft der Robbler einfach nicht. Ja. Aber den würdest du heilen, wenn da ein bisschen Zug drauf kommt. Ja, das merkst du auch. Gerade bei dem Mama, bei dem größeren Modell, der macht schon ordentlich Druck. Und da muss man eben immer experimentieren, sage ich mal. Manchmal funktioniert der Kleine, der Bärby besser, manchmal der Mama. Das kommt halt immer darauf an, was den Fisch an diesem Tag besser anspricht. Mehr Druck oder weniger Druck, das sind... Generell bin ich aber sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis vom Wobbler. Auch bevor wir die im Shop eingeführt haben. Also ich habe es ja schon lange im Voraus gefischt gehabt, ne? Ja, du fischt halt das, woran du glaubst, ne? Das ist so unser Prinzip, ne? Also wir fischen und vertreiben eigentlich nur das, dem wir selber vertrauen, ne? Genau. Ich finde, das ist auch so der einzig richtige Weg, ne? Das meine ich auch, also... Ich versuche mich das auch mal lieber. Ali, die Dings lässt mir keine Ruhe. Ja, ich muss jetzt was ausprobieren. Das finde ich auch geil an dir, hartnäckig, ne? Ja, du. Probieren, probieren, probieren. So, auch hier wieder ein neuer Köder. Mal gucken, ob wir das Monster wecken können, was hier vor meinen Füßen liegt. Also wenn die beißt, Leute, dann sage ich euch, dann haben wir Spaß. Vielleicht seht ihr das, das ist so ein schöner Fisch, Wahnsinn. Ja, jetzt ist sie weg, jetzt habe ich sie verjagt. Ah ja, guck mal. Wie kamst du dazu? Alter, hast du das gesehen? Nein. Die kommt, die kommt. Alter. Zweimal drauf. Die dicke Seefrau. Ja, ich habe aufgrund nur liegen gelassen, ohne Aktion. Dann ist sie gekommen. Ich habe getwitscht, dann ist sie nicht gekommen. Ich habe liegen gelassen, dann ist sie gekommen. Zweimal hier vor den Füßen, wenn du das siehst. Junge, mein Herz. Ja, ich kenne das. Jawoll! Ich schwörs dir, das Monster. Das Gips, die ist wiedergekommen, Alter, und hat den genommen. Ohne Scheiß, das Monster. Die Leute, Alter, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, Leute, wenn ihr den Fisch, wenn wir den rauskriegen. Der ist gekommen, ich habe es gesehen, Ali, der ist hochgekommen. Der hat das... Wahnsinn! Jetzt haben wir erstmal was zu tun. Also so eine riesen Seeforelle. Wahnsinn! Und auf den neuen Köder, ne? Der ist stehen geblieben. Ich habe nicht bewegt. Er guckt sich den Anplatz drauf. Wahnsinn! Wahnsinn! Was ein Fisch, Leute. Alex, sowas hast du noch nicht gesehen, glaubst mir. Ein Monster. Guckt euch diesen Fisch an. Der hat sich gerade eben für meinen Köder entdeckt. Ja, ja, ist klar. Der stand immer wieder hier vorne. Also die musste kommen und dann hat sich umgedreht. Wahnsinn, was ein Fisch das ist. Auf den neuen oder was? Auf den neuen, die Jum Jum. Der lag auf Grund, Jum Jum. Ja, Jum Jum heißt sie. Auf den Jum Jum. Ja, aber das ist bei mir auch. Auf dem See. Die hat sich lange unterliegt. Die ist dann zurückgekommen. Und dann hat sie ihn geblieben. Was ein Fisch, Leute. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Also da ist schon der ganze Tag. Wenn es bei dem Fisch bleibt, ist der ganze Tag schon gerettet. Guckt euch diesen Fisch an. Richtig schön. Das ist richtig schön. Was ist das denn für ein Fisch? Ja, Seeforelle. Oh, so eine schöne große Seeforelle. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Der hängt richtig spitze. Jawoll. Jawoll, Leute. Jawoll. 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 Jawoll, Leute. Jawoll. Wahnsinn. Wahnsinn. Guck mal, wo der hängt. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Dann verstehst du, wie der gebissen ist. Ja, na klar. Das ist genau das Monster, was hier vorne stand. Ja. Peter, danke. Tja, meine Lieben. Ich bin überwältigt. Wirklich. Schaut euch diesen schönen Fisch an. Es ist wirklich der Wahnsinn, was das für eine schöne Seeforelle ist. Wahnsinn. Tja, jetzt auf einen neuen Köder. Das war Adrenalin pur. Die stand vier, fünf Meter, lag auf Grund. Ich habe den YumYum als Wacky aufgezogen, immer wieder getwitcht. Und sobald er auf dem Grund liegen geblieben ist, ist rangekommen, hat sich dann immer wieder angeguckt. Dann ist sie abgedreht und ich glaube nach einer Minute ist sie wieder aufgetaucht. Und dann hat sie den in der Absinkphase volles mitgenommen. Spektakulärer Drill. Und wie gesagt, ich bin sprachlos. Was ein toller Fisch. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. So, Ersen hat gerade eben eine sehr schöne Seeforelle verhaften können. Und das möchte ich auch. Und ein Biss. Hopp, ein Biss. Hopp, 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 hopp. Und ein Biss. Und ausgeschlitzt. Ein Seiblink. Ein Seiblink. Ein Seiblink. Hopp, ein Biss. ja so kann man das sagen ja das ist eine seeforelle nein ein lachs schöner fisch Ah, schon wieder meinen halben Köder gefressen, das ist der Ali ohne Goldene, macht sogar Looping, genau. Ist aber ein schönes Ding, die ist fast schon weiß, guck mal. Genau die haben knallrotes Fleisch. Das ist ein richtig schöner Fisch. Ja, die sieht fast weiß aus, sehr schöner Fisch. Petri Ali. Grazie. Tja Leute, jetzt Neomatrix Serie in lila, 4mm Kopf, dass wir ein bisschen schneller runterkommen und auch weiterwerfen. Also ich finde dafür, dass mir gesagt worden ist, Tönse musst du bis zum Helter, also finde ich jetzt nicht unbedingt. Also die beißen auch teilweise hier vorne. Es gibt Tage. Oh, da ist ein Mist. Na komm. Ja. Und da haben wir sie. Ja, ihr seht es Leute, ich bin hier mit dem Ali im Gespräch am Quatschen und dann kriegen wir da einen Einschlag in der Route. auf volle Distanz jetzt auf den 70er eine Goldforelle. Ah, das sind auch schöne Fische, schöne Fische. Guck mal. Guck mal, der Ali ist so nett und hält schon Kescher ins Wasser. Kescher Boy. Kescher Boy. Guck mal. Guck mal, was für ein Circus die macht, hast du gesehen? Ja, wir machen Lupins. Wahnsinnig schöne Fische muss man wirklich sagen. Wie gezeichnet. Eine wie die andere. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, das muss ich wirklich sagen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich mach das schon schon sechs Jahre, ich weiß schon. Ich mein vor allem, ihr seht es Leute, Ali ist der Chef hier und ich stehe mit ihm zusammen hier und angel UL an seinem eigenen Teich. Finde ich auch, warum nicht? Wir haben beide dieselbe Leidenschaft und ich finde, da kann man sich ruhig mal mit dem Hausherrn zusammen hinstellen und eine Runde angeln und quatschen. So ist das vielleicht auch für euch wesentlich interessanter, dass man beim Angeln quasi quatscht. Ich mein, er kennt das Gewässer, er hat vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, warum soll man sich denn nicht vom Chef selber abholen, oder? Ja, wir sind ja täglich hier, wir wissen wie was geht und du, ich hab hier schon vielen, vielen Leuten das Angeln beigebracht. Warum auch nicht? Also ich meine, der Kunde, der hier fängt, der ist letztendlich der zufriedene Kunde, oder? Genau, deswegen, wir sind immer freundlich, wir sind immer hilfsbereit und alles. Ja, wie gesagt, ich hab einigen Leuten hier das Angeln beigebracht, die fahren jetzt manchmal mit 20, 30 Forellen nach Hause, oder? Ja, guck. Ehrlich? Ja. Wo sie ankamen, kamen sie hier an eine Brandungskrub. Ja gut, das ist, ich denke, keine andere Angelei, so wie das Forellenangeln ist so das, wo die meisten Einsteiger eigentlich mit anfangen. Ich glaube, jeder von euch kennt das auch. Man wird vom Papa oder Opa mal mitgenommen, ne, zum Forellenteich, dann hat der Papa da eine dran, die Rute meine Hand gegeben und sowas. Also so haben wir alle vielleicht unsere ersten Anfänge gemacht und es ist natürlich umso cooler, wenn man jemanden hat, einen Teichbetreiber, der auch wirklich einem hilft und hier ein paar Tipps und Tricks verrät, damit so alle an den Fisch kommen. Finde ich auf jeden Fall klasse. So, dann probieren wir die Mutti mal aus. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht nicht auf die Mutti, auf dem Wobbler, hier den einen oder anderen Fisch auch kriegen. Du wirst drum betteln nachher, weil deine Freunde gehen in ein Restaurant. Ja. Da ist sie. Auf den Mama und genau an der Kante. Genau an der Kante. Das war genau bestimmt die. Boah, guck mal, was hier abgeht. Was ist hier los? Was ist hier los, Alter? Guck mal, die hat mir locker 30 Meter Schnur von der Rolle gezogen. Das war bestimmt die, die den vorhin schon attackiert hat, an derselben Stelle. Das war nämlich hier vorne, vorne an der Kante. Guck mal, wie die in die Route drückt. Steht wieder eins. Von der Seite wieder, ne? Das ist ja ein Scheißen von dir. Ne, ist eine Lachs. Ja, guck mal, die hat den zweimal attackiert. Der hängt am Kiemdeck, hast du gesehen. Aber das war ein Einschlag, das sage ich dir. Auf den Kescher hast du, ne? Ich habe einen Kescher, ja, ja. Ja, Leute, die ist jetzt zweimal auf den Wobbler drauf geschossen. Hat sich dann jetzt hinterm Kiemdeckl gehakt. Da sehen wir es. Wahnsinn, was für Einschläge auf dem Wobbler. Hier. Ja, also der läuft maximal so zwei Meter, ne? Aber du kannst halt im Sommer bestimmen, soll er flach laufen, soll er tief laufen. Das ist schon... Aber wir helfen dem Alex mal. Worauf hast du jetzt? Gigaslawine. Gigaslawine? Ja, guck mal, eine schöne Goldforelle. Petri, Alex. Petri, Petri. Auch Räder, richtig tolle Goldforelle, ne? Wahnsinn. Topfarbe. Was für schöne Fische das hier sind. Sehr glückliche Fänger, Petri. Bis zum nächsten Mal.